ein fröhliches herz willkommen zu einer neuen folge city games studio hier mit dem tiger mit dem besten spiel des jahres nämlich mit army tactics gotti game of game of this year genau so kommt so was hier geht es dauert alles sehr lange ich war es habe ich gerade nicht alle richtig geil scheint wohl ja es scheint wohl nicht so schlecht zu sein so haben wir es ok 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 könnt ihr noch eine dingsbums hier nee wir können aber noch eine portation machen oder von army earth auf ein vernünftiges portieren so ist es ein neues spiel krass gochie 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 Kaufe Server, mit ihnen kannst du online spielen. Mehr Schreibtische, mehr Stühle, mehr Computer, mehr Whiteboards, mehr, mehr, mehr. Kaufe Server, mit ihnen kannst du online spielen, aber auch online Portale hosten, okay. Ein Server zum entsperren, okay. Server, bis Datum 2003, aha. Also soll ich am besten ein kleines Brötchen noch kaufen, wo ich dann nur die Server reinschmeiße, richtig. Ergibt Sinn, oder? Hm. Joa, komm. So. Drei Server sollten reichen. Du kannst online spielen erstellen, sie sind zumalerweise günstiger. Ich spiele okay. Du kannst dann digitalen speichern und schließlich eine erste Alpha Version. Alpha Version? Ich nur verbessern kann es. Okay. Wunschzettel. Kein Büro. Wer macht denn das? Das ist die Frage. Macht denn das Entwickler oder Systemadministratoren? Machen wir mal vier Stühle. Äh, vier Tische. Die kriegen jetzt alle ein PC. Und jetzt brauchen wir Systemadministratoren, glaube ich. Machen wir mal ein paar Systemadmits. Spielkapazität. Drei. Perfekt. Perfekt. Also. Zuweisen. So kann der jetzt. Ah. Das ist natürlich spannend. Wir müssen uns eine Plattform unterstützen. Unterstütze Spielekonsolen. Alle. Unterstütze alle Spielekonsolen. Lounge entwickeln. Aha. Kein Büro. Aber so war es von. Hier ist doch ein Büro. Braucht dafür etwa Entwickler oder was? Braucht immer Entwickler. Warum brauche ich denn so viele blöden Entwickler? Also. Beste beim Perfektion. Schwubbi. Schwubbi. So. Dann noch der Beste beim Design. Schwubbi. So. Damit werden dann zwei Dinge bumsen. So. Dann komm noch einen. Gib mir noch einen. Gib mir noch einen. Direkt hier. Bäm. 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 Direkt. Nicht kleckern, sondern klotzen. So. Man muss nicht kleckern, klotzen. Leute. Klotzen. 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 So. Perfekt. Perfekt. So. Beste. Oh. Jawohl. Ran am Schinken. So. Und jetzt. Aber jetzt können wir. Okay. Shop. Okay. Plattform vergreifend. Kein Büro. Ich hab ein Büro. Schließen. So. Jetzt hab ich kein Büro. Okay. Verstehe. Und ab geht's. Ab geht's, Leute. Oh Gott. Das wird lange dauern. Ich schwör euch. Das wird lange dauern. Das wird lange dauern. Aber das ist echt geil. Damit hätte ich nicht gerechnet mit so früh. Das hat natürlich nicht so früh mit gerechnet. Ich schwör euch. Ernsthaft. Wat? Also. Ich hab noch immer keine Ahnung mit Tutorial. Tutorial nach. So. Ranglisten kann ich mir erlauben. Ladebildschirm. Ladebildschirm kann ich mir auch erlauben. Basistutorial kann ich mir nicht erlauben. Das sind wichtige, einfache Filme, dynamische Animationen können wir auch nicht erlauben. Einfache Animation können wir aber erlauben. Und das ist das einzige, was ich mir erlauben kann. Okay. Wie lange werde ich dafür entwickeln? 23 Wochen. Das heißt, jetzt muss ich das ankündigen. Okay. Plattform. Okay, okay, okay. Okay. Krass, ey. Das Spiel macht echt Bock. Gut. Okay, kann ich jetzt? Ne, kann ich wohl noch nicht. Ich kann noch keine Alpha machen. Schade. Hoppala. Das war nicht geplant. Ich muss hier mehr Mitarbeiter hinstellen. Das ist ja, das dauert ja viel zu lange so. Ne? Ne? Das dauert echt zu lange so, wenn ich das so mache. Die müssen nicht die besten sein, aber ich brauch mehr Mitarbeiter. Ist so. Leute, wo sind denn hier die Mitarbeiter? Also. Design. Äh, alles schlecht. Nehmen wir uns die zwei. So, jetzt kriegen wir nochmal zwei von Technology. Die sind echt gerade nicht so gut, ne? Eins, zwei. Und dann noch hier die zwei. Perfekt. Schwupp. Ja, ja. Krise, bitteschön. 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 Oh, hier stinkt es gerade. Oh, das stinkt hier aber gerade. Oh, dort ist ja hier eine absolute Kerstoff im Geruch. Oh, lala. Oh, lala. Oh, lala. Und noch der Einzelarbeitsplatz für den Bösen. So, putz. Und jetzt PC ist erneuert. Schwubidubidubi. Und ab geht's, Leute. Die sollen mal ein bisschen putze, putze, putze machen. Jetzt nur mal so aus Interesse. Kann das sein, dass die... Ne. Ich wollte schon fast... Ja, die sind fast... Die sind im Bereich sogar besser an Grafiken. Sind die besser als meine Entwickler? Die brauchen... Okay. Okay, verstehe. Stopp. Ich muss in die Ventre. Und dort nochmal ein paar Entwickler. Ich viel zu viel Scheiße hier rumstehen. Ne. Nicht zu viel Scheiße hier rumstehen. Ist ja echt eine absolute Kerstoffe. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So, wir brauchen jetzt also Entwickler, die schlecht in Dingspunkts sind, aber gut ineinander. So wie er. Und so wie er. So, damit wäre das dann gegessen, ne. Zuweisen. Zuweisen. So, ne. Damit sollte das jetzt ausgeglichen sein. Jawoll. Ziemlich so gut wie ich, aber fast. Also sind wir zusammen best sehr gute Entwickler. So, perfekt. Perfekt. Und ab geht's. Ich habe sehr viele Aufgaben gleichzeitig gerade. Jedes Jahr wird ein neues Spiel. Okay. Ja, ja. Ich weiß. Aber aktuell nicht so drin. Es dauert. Das dauert, lol. Zeit. Man braucht Zeit und Geld und bla bla bla. Und gib mal Gas. Es dauert ja viel zu lange sonst. Oh, Gott. Ich bin im Quatschen Büro. Okay. Können die jetzt mithelfen hier? Shop. Oh. Wunschzettel. Wunschzettel finde ich wichtig. Ich habe noch kein Büro, aber sowas kann ich nicht im Büro. Bestützte Konsolen. die sind eigentlich am besten schließen eigentlich sollte ich für das machen für das ich auch ein trick und dass das hier gibt sind fasziniert okay okay bitte nicht bitte nicht okay du okay krass da kann man ruhig mal 45 dollar verlangen so digitaler vertrieb genau weiter ok 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 feuerbeu verstehe gut 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 ich habe also bald schon meine serverzahl eingeschritten ok die sind fast auf voll das ist jetzt problematisch gut ich brauche mehr server toster ok schließt also ich brauche ein neues büro wo könnte ich noch ein büro kaufen kleines hier kaufen so 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 und so das sollte erstmal reichen fürs erste deswegen können wir dann ins das sind sehr sehr wir gehen aber ins toster da wäre nämlich die server jetzt entfernt mit unsere mitarbeiter glücklicher sind ganz wichtig die sollen ja glücklich sein unsere mitarbeiter noch ein rotes süferchen noch ein bücherregel ganz wichtig die mitarbeiter sollen glücklich sein glücklich bei der arbeit hier könnte noch ein pflänzler hin solch ein dohr ne das macht das ist nicht zufriedenstellend das macht noch zufrieden das ist noch dort ein schwarzer sesselchen oder sollen wir doch jetzt ein bisschen glücklicher ach komm schon komm ist doch ein super büro jetzt na dann eben nicht dann eben nicht hm so wir gehen mal ins unser büro und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag wunderschönen am wunderschönen morgen wann auch immer ihr dieses video sieht und damit tschüss und miau kurs auf computer ok schön und damit tschüss und miau wirklich ciao